Hallo und herzlich willkommen bei TopEffektiv. Wir befinden uns hier auf unserem Blog und wir möchten Ihnen gerne in diesem kurzen Video unseren Blogartikel vorstellen, der sich mit dem Thema beschäftigt, Content Manager, Aufgaben dieses Berufsbildes. In diesem Blogartikel behandeln wir unter anderem folgende Fragen. Warum ist der Content Manager wichtig für ein Unternehmen, in dem Internetprojekte eine Rolle spielen? Welche Aufgaben hat ein Content Manager? Und dann schauen wir uns die Aufgaben im Einzelnen an, die da sind. Die Erstellung von Texten, Fotos und Grafiken zu bearbeiten, Videos und Animationen als Content einzufügen und auch sich um die Erstellung dieser Videos und Animationen zu kümmern und die Einbindung der Inhalte in das Webangebot. Wenn Sie dieser Blogartikel interessiert, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Blog besuchen. Dazu brauchen Sie lediglich den Link unterhalb dieses Videos anklicken und Sie gelangen direkt zum Blogartikel. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank!